Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Firefall. Wir aktivieren mal kurz den Buß. Und es klingt wie Chosen. Gib ihnen Unterstützung. War es nicht Sir Tau Wan? Warum sind die Chosen freiwillig hier? Wan? Der Akkord hält Sir Tau. Aber falls du nicht merkst, dass die Meldung hier noch befindet. Sei froh, dass es hier nicht eine ganze Legion von Chosen gibt. Okay, what the fuck? Bernal? Mongole? Oh, haja. Das sieht doch geil aus. Titanenbarn brauche ich noch ziemlich viele davon. Als nächstes wäre das Ding fällig. Der Korgas Massaker Klasse Level 30. Sieht doch alles sehr geil aus. Aber die sehen alle ziemlich gleich aus, nur mit unterschiedlichen Farben wahr. Ah, ein bisschen anders. Egal. Ja, die werden nicht... Der wäre 26, naja. Das Ding natürlich... Okay, what the fuck? Verbrauchsgegenstände, Münzen. Das sind meine Spielmünzen. Brauche ich nicht. Munitionspaket. Munitionspacks. Ne, Eisenbarren habe ich. Brauche ich die hier. Ne, Titan. Gesundheitspacks. Kann ich sowieso nicht. Mittel kann ich auch nicht. Schalldetternator brauche ich nicht. Ich muss mal kurz hier gucken. Gesundheitspacks, klein. Dann kann ich mal... Chitinfasern brauche ich die hierfür. Ne. Dann machen wir mal ein paar kleine Gesundheitspacks. So, sechs. Elf. Ne. Ah. H5 sollten reichen. 5. Okay. 5. Machen wir mal ein bisschen hier. was so geht fahrzeuge koba habe ich ja schon brauche ich nicht noch mal herstellungskomponente rohstoffhybride textur kann ich alles nicht bauen dann packen wir das noch jetzt zusammen packen wir das wird zusammen dass das pampa gibt es auch noch der basis solo farmbaar den müsste ich habe ich weiß gar nicht ob ich den habe ich nehme mal raus hier ich möchte noch mal in den tag gucken account gegenstände da nicht wieder ein bisschen länger jetzt also die feier voll folgen können ruhig ein bisschen länger sein ist ja nicht das problem hat aber hier fampa signal habe ich jetzt gerne aber natürlich den kann ja mal da kann ich das mal hier rüber ziehen und sich immer darüber ein bisschen umständlich egal so machen wir mal so als mobile battlefield station unverarbeitetes recyceln ja alles bestätigen ja möchte ich gerne natürlich kupferkabel sehr gut dann haben wir das aber kurz alles bitte danke ja das gehört auch hierzu ich muss mich mal auch mal wieder gucken dass ich irgendwann wieder an ans fampen kommen weil das ist auch richtig dafür brauche ich aber glaube ich meine bastion jetzt ziehe ich das mal hier rauf munitionspacks habe ich auch noch ah wenn wir den gerade nicht brauchen kriegt der mal kurz raus und kommt jetzt munitionspack rein so einfach ist das dann könnte ich eigentlich auch noch mal reichen ja das ist ein guter was noch die gebrauchskobreiber ist die können eigentlich weg daraus kriegt dann karbon pulver war aber muss ich noch mal alles gucken weil sie herstellungskomponente um strahlenkomponente egal hoch ich habe eine belohnung erhalten sehe ich gerade weil ich online gekommen bin glaube ich 184 christi doch ist alles genau die patrouille ich erinnere mich das hat ja immer gut funktioniert nämlich gar nicht bei dem die ganzen missionen hier können wir auch mal natürlich das pumpen machen also eine rohstoff folge so ein bisschen zeigen was hier so ist vielleicht auch zusammen das spiel kennenlernen ich müsste es ja neu kennenlernen ich habe es nämlich wie ich schon in den letzten folgen gesagt habe lange nicht mehr gespielt ich weiß die ganzen neueren vierflieger oder wie teils hier erfassung kammer auch da schon mit den shows und muss mir ziehen wir finden erstmal die patrouille oder ziemlich nah dran aber schauen vielleicht kann ich ja von hinten ein paar weg snipe an hoch nur mal gespannt was dann so geht dann müssen wir mal hier rum glaube ich ich hoffe man hört mich übrigens hat man geguckt bei den folgen beziehungsweise also ich sie übrigens neuer morgen gestern noch nicht mehr aufgenommen naja wir machen jetzt unsere patrouille ich glaube ich kann versuchen mich mal da oben hinzustellen das probere ich jetzt erst auf da sieht man wie ein lonaris-pilot komm in da, Boss bin ich glücklich zu sehen sie haben meine Regapad ich habe eine Menge Mobilität verloren wir müssen sie halten bis sie rausgeben bevor ich sie evacke ja warte ach weiße alter ist das laut das bringen mir auch schön xp die brauche ich ja dass sie nicht auf was ist das das tschüss da neben da Den habe ich auf jeden Fall erwischt. Da ist auch Platz. Dann können wir uns gleich um das andere. So, wo sind jetzt die welche? Ich will ständig erst explodieren. Jetzt falle ich hier runter. Fuck you. Alter Schwede. Ich werde hier wieder abgehen. Boom, boom, boom. Ah, hier sind wir auch hier viele. Fuck. Nein. Nein, nein, nein. Alter, nicht so schnell. Alter. Nee, Arschloch. Krass. Ich kann nicht rennen. Hau. So, Kollege ist weg. Aua, aua, aua. Schlechte Idee. Aua, 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 aua. Darkseid, Spur. Level 30. Geil. Kannst du, ja, danke. Levelausstieg. Der ist Level 30 mit dem Nachfall in der Plane erreicht. Mod sicherer Schuss. Nennleistung von 5. Modpunkte. Gesundheit. 48. Ich hätte gerne Pilotmünzen. Wie kriege ich die? Okay. Wir müssen gucken, steht das hier irgendwie? Pilot-Münzen. Pilot-Münzen, ne, ne? Sie brauchen deine Hilfe, 3-5, schaue es ab. Ja, mein Inventar ist übrigens voll. Uh, neuer Kern. Account-Gegenstände, da muss ich nochmal, so, manuell, ne. Ne, so ist schon gut. Obwohl, hier sieht man das Level. Ah, sehr praktisch. Nach, okay. Ähm, Landungsschiff nach Schwach. Ja, richtig, das hat hier nicht so gut funktioniert. Äh, wie gesagt, das da hinten, werde ich vermutlich erst machen, äh, wenn ich mir hoffentlich mal den Nashorn-Frame freigestellt habe. Dann werde ich mit dem versuchen, die Story zu machen. Ob das dann klappt, ist noch was anderes. Okay. Wer ist denn da? Schleif. Was wollt ihr, Säcke denn? Ich seh nix. Aua. Fuck you. Soll. Ey, so geht das nicht. Soll. So, der ist auch weg. So, fuck you. Aber jetzt bewegt er sich genau in dem Moment. Das ist wieder ne scheiß Posi. Ach, diese fucking Rennviecher, wach. Okay. I'm seeing flatlines on the other pilot. Break off three five, nothing more you can do. The desert takes another one. Okay, we need to diverge from the collection task. One of the other patrols is under attack, and it sounds like chosen. Give them support. Meine Fresse. Da! Sieht aus wie ein Lone-Aries-Pilot. Geht in da, Boss. Ich bin froh, dass Sie sehen. Sie haben meine Räume ein bisschen. Ich habe viel Mobilität verloren. Wir müssen sie halten, bis sie rauskommen, bevor sie evakten können. Hier kommen sie! Fokus auf Ihren Feuer! Die Schöne sind ein paar schweren Mütter! Aua! 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 So, wird so benutzt. Warum ist er nicht tot? Ich habe dich gerade getötetet. Wir müssen uns von der Erkrankungskollektivität entfernen. Einer der anderen Patrollen ist unter Angriff. Es klingt wie Schöne. Gib ihnen Unterstützung! Was war Herr Kao Wan? Warum sind die Schöne-Patrollen wirklich hier? Was? Der Akkord hält Herr Kao. Aber falls du nicht merkst, dass die Meldung hier noch befindet. Sei froh, dass es nicht eine gesamte Legion von Schönen hier gibt. Da. Sieht wie ein Pilot von Lonares. Komm in, Boss. Ich bin froh, dass du dich sehen kannst. Sie haben meine Riga-Ped. Ich habe viel Mobilität verloren. Wir müssen sie halten, bis sie rauskommen, bevor ich zurückkehren kann. Hier kommen sie! Fokuss auf dein Feuer! Die Schöne sind einige schwierige Mäler! Alter! Boah, das ist aber auch echt scheiße mit dem. Ist der hier wieder in der Nähe? Ach, tatsächlich! Die chillt da unten ab, oder was? Ne, das ist die. Ah, sorry. So, ich guck mal kurz hier, was so geht. Ich habe, glaube ich, einen blauen Battlefront. Ne, habe ich nicht. Das ist wahrscheinlich nicht meine Gesundheit. Ich sehe flat-Line auf dem anderen Pilot. Break-off, 3-5. Nicht mehr, was du tun kannst. Der Desert nimmt einen anderen. Danke. Okay. Okay. We need to diverge from the collection task. One of the other patrols is under attack. And it sounds like chosen. Give them support. Wasn't Sir Tau one? Why are chosen patrolling freely here? One? The Accord holds Sir Tau. But in case you haven't noticed, the melting still surrounds this place. Das kann man auch auszeichnen. Be happy, there isn't an entire Legion of chosen here. Die Granatwerfer behalte ich mal. Das Salgengewehr, Salgengewehr. Gegenstatt Level 2, gegenstatt Level 26. Okay, Junge. Tschüss. Ah, wohl. Äh, komm, tschüss. Das kann hoch, weg. Zehn, das kann auch weg. Ist okay. So, aber dann mal hier. Level 2. Das werde ich niemals benutzen mit dem. Was ist Level 6? Soll ich hier ein Sturmgewehr? Das werde ich alle mal hier weghauen. Weil das Sturmgewehr behalte ich. Ich hab Primärwaffe als zweite, aber... Ich glaub, sie sind relativ gleich. Ich glaub, sie sind relativ gleich. Oder das andere... Nein. Nein, 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 stopp. Äh... Recycling, bitte. Ja, möchte ich. So, welches Level ist das? Das ist Gegenschatz Level 8. Das ist Gegenschatz Level 2. Auf, wieder Tschüss. Ich werde jetzt mal ein bisschen mein Inventar ausmisten. Ah, Gegenschatz Level 4. Ist... Deutlich schlechter als alles, was ich hab. Das heißt, das kann auch mal weg. Weil das brauch ich ja nicht. Na gut. Hab ich dann noch so den Kopfschuss. Auch schlechter. Das ist Aufklärer-Bauer. Das heißt, die behalte ich mal. Eruptionsgeschosse, ne? Zehn. Acht. Auf, wiedersehen. Mal hätte ich gekannt zu haben. So. Dann haben wir das auch mal Wachmodule, wo ich mal gucken. Ich hätte gerne mal so... Jetzt haben wir auch ein bisschen Platz wieder hier drin. Red Beans... Ich frage mich dann... Warte mal, Battle Frames... Ich hab nur noch 6. Wie bekomme ich denn jetzt an Pilotmünzen, bitte? Wenn ich jetzt mal... Steht hier irgendwas? Pilotmünzen? Habe ich nicht. Und Red Beans habe ich auch nicht. Wie komme ich denn an Pilotmünzen? Das weiß ich nicht. Farben und Muster... Jetzt kann ich hier... Kriegsbemalung. Ne, da kann die da bleiben, oder? 50 Red Beans hier. Leg mich doch am Arsch. Sieht aber auch scheiße aus. Der... Der Blutfalke sieht ziemlich geil aus. Aber der kostet auch 50 Red Beans. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die alle gekriegt habe, die ich jetzt habe. Wenn überhaupt irgendwann den Blutfalken... Oder... Oder... T ist das Team... Das Team Midai... Midai... Das sieht auch geil aus. Armee... Ne, ne... Der Magma sieht auch nicht so gut aus. Schlange auch nicht. Was weiß das? Sternen... Porris... Ne... Na Blutfalke oder... Das andere... Ne, ne... Abbrechen... Ne, möchte ich nicht. Nichts. Danke. Rüstung... 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 Ich muss nie so ein Dekor... Ah... Hatschi... Totenkopf... Bruh 2... Smaragdklingen... Ne... Boah... Böe... Hab ich das schon... Okay... Moment... Egal... Okay, ich weiß nicht, wie ich Pilotenminzen kriege. Reparatur, machen wir mal. Auch Fraktion, wie sieht es denn aus? Die Schwarzflügel, gibt es jetzt noch mehr? Oder ich habe neue kennengelernt, glaube ich. Eieieie, tanken, was ist denn tanken? Ein multinationales Kriminalistiker, nämlich jetzt einen Sicherungstonen neu organisiert. Ja, ich bin sowieso Kisuten. Oh mein Gott, ey. Achso, ah, okay. Jetzt wird angezeigt, okay, die sind gegenseitig, mögen sich nicht so. Eieie, TransSub ist... Okay, die sind alliiert, die Schwarzflügel, die sind Rivalen von der Kord, von der Kord... Ey, wenn ja immer mehr. So, gucken wir noch mal kurz bei den Mods drin, weil ich glaube, ich habe einen Modplatz zu, was ist das? Ne, war hier irgendwo sicherer Schuss, ne? So, hier, Mittel, Reaktivierung. Hier, fortgeschritten, sicherer Schuss. Nicht genügend Punkte, fuck you. Das heißt, ich muss dir noch vier rauswerfen. Ach, das finde ich ja so schwer. Dann will ich das nicht. Ah, mal sehen. Das zieh mir doch mal rein. Das hört sich doch gut an. Weniger Schaden ist immer gut. So. Protoklardrucker. Ne. Ich würde gerne widmen, wo ich war. Ich habe doch mehr als genug von diesen Credits. Kann ich da mal irgendwie... Wann, 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 wann. Option ist... Äh, 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 Tastenbelegung. Kampf. Kann ich hier irgendwie... Nächste Waffen ist Quatsch. Nächste Waffe abfeuern, nachladen. Nächste Waffe voll. Waffen-Sci-Flash stecken. Nächste Waffen-Zielfernrohr. Na, Kampfangriff. Äh. Nein. Hat denn K schon was? Nein, hat es nicht. Sehr gut. Sprachchat, push to torque. Nächste Waffe, das möchte ich nicht. Fahrzeug. Handbremse. Nächste Waffe, boost. Nein. Boost. Nein. Alter. Wie viele Tasten es hier gibt. Nein. Scheinwerfer. Uh, Scheinwerfer. Achso, ja klar. Okay. Das ist dann Boost. Sinnamtlich. Was ist hier auf dem Rohrmodus? Ja, Fahrzeug, Interface, Shop, Marktplatz, Marktplatz, Bar. Oh, ne. Option ist, ist wiederbeleben, ist immer noch nicht drin. Das finde ich ziemlich kacke. Weil genügend habe ich. Ich darf mich aber nicht wiederbeleben. Oder sehe ich das einfach nicht. Egal. Ja, Geselligkeit, Interface. Ja, komm. Scheiß drauf. Wir finden die nächste Bratulie. Wir sterben dann wahrscheinlich wieder. Ach, jetzt wollte ich gucken, welche Level ich mit den anderen, äh, Frames hat. Und dann müsste ich jetzt nochmal gucken, wie ich da nochmal Piloten angespreche. Looks like a Lonaris pilot. Geht in der, Boss. Am I happy to see you. They trashed my rigapet. I've lost a lot of mobility. We need to hold them till they give out before I can evac. Here they come. Focus your fire. Chosen are some tough mothers. We need to hold them. Oh, shit. Come. Top 3, 5. Speed it up. Gott. Mach. Gott. Fuck you. Das sagt sich so einfach. Piss dich. Nein, 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 nein. Aua. Ja, verzieh dich. Aua. Jetzt kann ich ja nicht da durchschießen, wa? Loll, im Ernst. Aua. Aua. Car. Fuck you. Es geht. Fuck you. Ich kann mich wiederbeleben mit Car. Alles klar. Ja. Die andere Patrouille ist gut. Sie sind für Verbraucher. Ich will dich hier. Wenn du da bist. Ich habe einen Lied auf einen Punkt der Origen für diese gewissen Attacken. Ich denke, du siehst sie, bevor sie jemand anderes in dem Feld schießen können. Sie wissen nicht, wie sie sie schießen. Wie dein Stil, 3-5. Wie dein Stil, 3-5. Viecher damit ein bisschen aufgepimpt und die haben dann ganz Patrouillen platt gemacht. Und, ähm, ja, da muss ich mich darum kümmern, dass das halt, äh, diese, die Stimpax-Lagerungen der Frauen, äh, der, der Frau, die das war, das war so der Welt, äh, reduziert werden. Habe ich natürlich gewissenhaft erfüllt. Ja. Ja. Und dann hat der, das waren halt vorher noch so, sollten halt, da hatten die gesagt, okay, wir heuern jetzt Aris an, auch wenn es teuer ist, äh, Aris? Aris. Keine Ahnung. Ähm. Ja. Aber jeweils war das. Und, ähm, ich würde sagen, bevor wir da hingehen, mache ich hier mal eine schnelle Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss zum nächsten Mal. Haut rein.